so duo gegen squads das dürfen wir nicht vergessen wenn wir jetzt welche sehen da kann dann die kacke am dampfen sein davon laufen welche richtung 300 am holz ja wir können schießen ja ich habe sie sogar leute ein das noch Beide dann genial ja ich weiß nicht Alter was hast welche waffe benutzt du gerade Digga du kannst dich noch nicht so fertig machen Der wird dir hoch helfen da vorne Oh Treffer Ja nice auch genommen Alter die wurden zerfleischt Ich hab einen Einer down Der ist vor mir Oh den weggegeben Double Taschenfestung Der ist oben Digga Das war der Endgegner Das war der letzte Sehr geil Den Saufen hab ich mir noch gegönnt Also ich seh immer wieder Ich mach PC Turniere Und unter jedem Video hab ich ca. 1000 Kommentare Und davon sind 500 Erst ne Beleidigung Und dann warum macht ApoRed nicht mit Und dann sag ich immer Leute der spielt Playstation Wenn Playstation Turniere sind kann er gerne mitmachen Aber so Ein Treffer zwei Treffer Zwei Hits Nice Der geht down Wenn wir jetzt weiter Kann er sich nicht fühlen Treffer Treffer Seine Freundin hat Hälscher Oh Eliminiert Ja So die waren beide direkt down Ja Das ist gut Minishilder mitnehmen Nee Nee Egal Ich hab zwei 50er Ähm okay Ich bin jetzt raus aus dem Game Nee ne Marcel Einfach Ladespeenshot Internet lag Aha What Der junge Teil Gefällt mir nicht Headshot 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 Alter nice Digga Ich merke gerade Ich kann das Spiel gar nicht Kennst du das? Digga Ich hab die alle drei getötet Alter was für Headshot Lieben Stück noch Es waren schon wieder zwei Kills What the fuck What the fuck Headshot Oh mein Gott Die haben mich so gefegt Ich hab den Raketenwerper Fuck schade Sieben Kills hat er Die haben einfach mal wieder geleitet Oh die fighten die andere Da sind Spieler Max Da sind Spieler Spieler in Fortnite? Einer genockt Hat keinen Bock mehr Hat auch keinen Bock mehr Hä Ich hab keinen Nein Ich hab keinen gesehen Jetzt haben wir welche Gefrüßt Ich hab keinen gesehen Die waren hier hinter Oh Gott Oh genockt Och Ach Da oben rein Fließen Max Ja ich versuch Da müsste einer genau drin liegen Was sie da tun Sind vorbereitet Oh What? Triple kill? Oh hier bei mir Vor mir Unten im Wasser Siehst du das? Den hab ich ihn dir Den hole ich mir Den rektags Erzählst du mit Sniper Ich schiehst die Wand weg Okay Mach das Mach das Er ist gehirrt Weil ich hier jemanden Drauf trug Hä? Was hat sich passiert? Er ist weg Einfach Ey Was Leute Du hast ein Gegner? Ja Weiß Ich habe einen sogar ausgenockt Obwohl du wehst Was haben sie denn gemacht In unserem Plan Oh hier ist einer unten Fuck Fuck nur drei Lenk ihn ab Komm Er ist komplett runter gefallen Oh mein Gott Das war der letzte Schuss Das war der letzte Schuss Der letzte Schau mal an Ja Ich habe eine drei Schuss Komm her Wir achsen ihn Headshot Fallschaden Wir sind übel broken Wer braucht denn schon loot Sieben Schuss habe ich noch Das ist hier Das ist Fortnite am Limit Links unten Siehst du an dem Stein Oh ja Guck mal da Können wir den abknallen? Ja go Komm Fuck Richtig schlecht Richtig dumm von uns Auf dem Dach Pass auf Headshot Oh der kassiert Auf dem Dach Noch eine Achtung Ah ne Headshot Hab einen Headshot Hab ich Die haben einen Baum kaputt gemacht Da sind welche Ach lol Oh ja die sind da Links unten Guck mal Süden Siehst du das? Oh mein Gott Ja fuck Wenn du Sniper schutz setzen kannst Machs Ich habe keine Sniper Daneben Wie close Wieso schieße ich die Zone? What? Alter ich bin einfach Ein retard Tut mir leid Ich kann das Spiel nicht Wie kann ich denn schießen Wenn die Gegner in der Zone sind Und wir nicht Und jetzt verrecke ich hier In der Zone Wie der Oh mein Gott Sind die nervig Nice einer down Rechts war sich einer Wie close man Einer hat gewascht mit 100 Schildern What? Einer hat er richtig rasiert Oh einer hat die komplett zerfickt Pass auf Oh Gott der ist richtig gut Ich habe ihn gekillt Echt? Ja er ist runter gefallen Weil ich das Ding weggerissen habe Geil Oh der hat einen dicken Hit kassiert Down nice Der kleine Frechdachs Oh wie close Was für ein scheiß Man sieht den Schuss Förmlich durch seine Ehm hier 75 Sind beide War ich genockt Den habe ich Digga hier ist gerade eine gute Prezi Ich fühl es gerade wieder Merkst du es wenn du es fühlst Hier steppt irgendwas Oh Den habe ich gefühlt Den Gegnerschuss Oh das sind 4 Das sind 4 gegen 2 Achtung Der eine rusht Einer genug Start Einer genug Nice Einer hinter mir hier Pass auf Oh ja Nur noch einer Am Baum hinten Siehst du den? Schieß den Baum weg Schieß den Baum weg Oh mein Gott Das ist der letzte oder was? Ja das ist der letzte Willst du mich holen oder? Oh mein Gott Kannst du mich damit holen Headshot Oh mein Gott Headshot Oh mein Gott Oh wie Mega Ach okay Was ist die Runde mit dem Merkstiligen Start? Der baut sich da gleich ein Ich sehe ihn hier auch Ich habe 3 Nades Ich kann da richtig rein Pfeffern Mach das Headshot Headshot habe ihn Die werfen Nades raus Das ist irgendwo Wahrscheinlich ein Nades Meine Nades waren es Achso Geil Hier bei mir am Baum Ist einer mit Shotgun Oh fuck Besser 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 Hab ihn Drin gemacht Headshot Oh mein Gott Headshot Hab noch einen What the fuck Die fallen einfach alle um Ja komm lass es gut Scheiß auf die Mini-Shield Die will rushen Ja Jetzt wird ein Jagdgewehr geholt Da könnte ich den auch noch machen Knapp ihn mir Der ist komplett durch den Wind Der weiß gar nicht was los ist Kann man so durch den Wind Guck mal Guck mal Der bewegt sich aber so merkwürdig Ja Oh In dem Hält man wieder Genau Den loschen wir Oh Gegner close Oh ganz viele Jetzt wird es ernst Fuck der baut nicht hoch Ich schieße ihn mal runter Ich schieße ihn mal auf den Baum Er hat zwei durchgekommen Fuck 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 Einer genockt Ich schieße ihn mal auf den Baum Oh Ich schieße auch von rechts Von rechts schieße auch Welch jemand Oh Treffer Geil Okay der hat auch einen Hit Links am Stein Ich bin jetzt Ich bin jetzt Ich fühl's grad wieder Ich fühl grad definitiv das Jagdgewehr Ich fühl grad definitiv das Jagdgewehr Ich fühl grad definitiv das Jagdgewehr Headshot Headshot Du hast doch ein paar genockt oder nicht? Ja stimmt Sind das alle die leben? Oh noch ein Hit Einer da Hier unten war noch einer Treffer Oh mein Gott Wieso stirbt der nicht? Ich versuch mal grad schnell zu bauen Wo ist der Team? Ich mach hier mal Lockvogel Hm das war schnell gebaut Schießt der? Schießt du? Alter Was waren das heute für Runden bitte? Die Enden waren nicht so episch Aber geile Runde Das muss ich uns lassen Geile Runde Dafür nicht so episch Ich schau mal Vielen Dank.